Ja. Ähm, ich hab grad zwei Runden ohne Mikro aufgenommen. Äh, ja, war schön blöd. Aber, na gut, das war... Okay, den... Selbst den Spieltest könnte ich nicht hochladen, ohne Ton. Ähm. Interessant, dauerhafte, äh, Schadenserhöhung dadurch, dass man einen Helden trifft. Interessant. Ja, also, äh, meine letzten zwei Videos sind für den Arsch, weil ich das Mikro vergessen habe. Achso. Ah, was ist denn hier los? Äh, lauf, lauf, lauf. Scheiße. Falsche Tasten gedrückt. So, Mist. Habe ich aufgepasst, dann. Oh, hö, 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 hö. Was hab ich eigentlich hier nochmal? Ah, der Sprung in den Zielebereich. Das war's. Das war's, ja. Hm, hm. Hm. Ich bin ganz... Hm. Okay, das ging jetzt recht schnell. Ich hab jetzt versucht, mit dem Schlag auf den Boden einen Hammerwurf irgendwas anzurichten, aber irgendwie... Naja, irgendwie hat's nicht ganz hingehauen. Und, ja, ihr seht da oben rechts, äh, links, meine Internetverbindung hängt auch mal wieder. Da muss ich unbedingt mal gucken, dass ich eine neue kriege. Weil so geht das natürlich jetzt überhaupt nicht. Ja, schön. Machen wir mal auf die Samen zurück. Ai, 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 okay. Neue Stufe. Schön. Worauf warten wir? Ich hoffe, da hat mein Kill mal ein bisschen zu beigetragen. Ach, da wird ja immer nur der erste getroffen. Da war ja was. Dann mal los. Ja, komm schon, ne? Ich hab doch geklickt, dass du angreifen sollst. Ups. Und Abgang, Abgang, Abgang. Shit, ich wär beinahe draufgegangen. Äh, Brunnen. Äh, okay. Pro getroffenem Ziel. Okay. Ich denk mal, die Abklingzeit zu verringern ist immer gut. Pro getroffenem Ziel ist dann natürlich dann wieder... Hm. Ja, ich glaub, es ist weh, was damit gemeint war. Ich hab jetzt gar nicht drauf geachtet, welche Attacke das denn dann war. Aber es müsste weh gewesen sein, weil ich da jetzt mehrere Gegner getroffen hab. Und da war die Abklingzeit nur zwei Sekunden. Äh. Schön, schön, schön. Jetzt sind wir gerade am Aufholen. Das fällt mir gerade noch auf. Ähm. Genau, äh. Ja, jetzt brauch ich sechs Sekunden, um mir das Ganze... äh, um... ...den Hammerschlag da auf Dreh zu regenerieren. Oh, oh, oh. So. Okay, dann geh ich mal hier lieber auf die Seite. Hm. jetzt habe ich leider keine mana mehr verdammt aufeinander folgen die automatischen angreifen betäubend ziele aus hier kann ein weiteres treffen gut jetzt ein weiteres ist natürlich jetzt bisschen es ist eben nur ein weiteres aber auch welche richtung verdammt der ist schnell er ist schnell okay es hat mich erwischt 23 3 und nirgendwo der beste damit habe ich auch gerade nicht gerechnet ich sollte mich vielleicht mal wieder um die söldnerlager kümmern da ist man ja mit einem mit einem hammer ist man ja eigentlich recht gut beraten von daher ja ich habe jetzt auch noch gar nichts zu den blumen beigetragen das sollte ich vielleicht mal tun die nacht bricht erneut herein bald werden sich die unkrautler wieder erreden genau b e den habe ich gleich schön oh jetzt habe ich klar gerade wo ich den besiegt habe da muss das natürlich sein avatar ich glaube der avatar ist ein bisschen besser ich versuche dann doch mal mit mit R komm schon scheiße dieses dämliche das ungeheuer wartet und holt euch seine geüft ah natürlich jetzt greifen sie mich an shit klar ah man 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 das ist natürlich jetzt echt fies gewesen dass die dann direkt abgehauen sind ja das ich ja auch nicht bekommen habe außerdem hatte mein das internet noch so gehauen dass ich den angreifen in die völlig falsche richtung gesämmelt habe ach naja ähm ähm ok gerade kein söldnerlager das ist ein bisschen ein bisschen blöd aber ich kann ja immer noch ein paar Diener und Gebäude klein kloppen dafür sollte ich ja gut genug sein worauf warten wir nein mein bildschirmes ungeheuer ist mein enthalten ach irre ok ja nicht uns das ist schon mal gut ähm hm wenn ich in der richtigen situation bin kann ich dann auch mal meinen avatar wieder benutzen kann ich dann auch mal meinen avatar wieder benutzen ähm hm und das wäre unter anderem die richtige situation hm platt gemacht habe ich ganz simpel ok schön äh ah jetzt wurde ich nochmal ein bisschen unterstützt na das ging daneben öpsala 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 danke aber ich brauche auch irgendwie Mana ähm hm hm ich äh dankeschön wer war das? ah schön 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 ähm ja lass mich mal kurz dann du musst mir ja nicht permanent hinterher rennen ich wäre jetzt für noch ein weiteres Mal meine Kollegen hier zu holen einfach aus dem Grund einfach aus dem Grund schön 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 ähm so jetzt habe ich nochmal einen Moment wo ich dann aus dem Weg na gut das ist eigentlich das ist der Sturmschlag Donnerschlag okay Donnerschlag heilt mich wenn das pro getroffene Gegner wäre wäre das ja der Hammer dann schlage ich einmal auf den Boden zwischen all den kleinen und dann das ist schon besser habe ich eigentlich direkt alles ich habe mir ein komplettes Leben wiederhergestellt aber ja oh warte mal da war was mit Heitschen und Unkraut ähm ach die Unkrautler müssten jetzt auch wieder 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 da sein also dann so gehe ich mal in die Mitte schlage mit B auf den Boden ich springe mit E hoch und ich D nochmal und warte dann einfach ab bis meine Figur den Krängel vertreten ach okay Schlag ist nicht pro Gegner sondern schon wieder für den Moment ist es vorbei aber ihr solltet euch nicht ausnehmen äh ja herzlichen Dank so die sind jetzt alle samt uns und ich will da den Panda würde ich mal klein klopfen ja den kann ich ja eigentlich auch für free spielen ach schade 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 dass ich den nicht erwischt habe auf geht's jetzt jup jetzt geht es erst recht nicht ab hier ach zu spät der Schlag okay also dann mein Avatar läuft aus scheiße da na na no na 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 wie ist das denn für einer hier na na verdammt ok Und das war jetzt natürlich ein Mist, dass er da so schnell weggelaufen ist. Geil. Eine Menge Leute, die schädigt. Ja, Mana könnte ich gebrauchen. Das auf jeden Fall. Na. Ah, 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 lass mich, lass mich, lass mich, lass mich. Uh, schön, 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 schön. Eine Festung ist gefallen. Ach, die haben unseren Brunnen zerlegt. Das ist natürlich jetzt gerade blöd. Da kann ich ja eigentlich gerade mit B mal kurz zurückreiten. Äh, zurück. Ich teleportieren. Und jetzt, ups, aufsetzen, weil ich hab das ganz vergessen. Da renne ich immer Ewigkeiten. Für den ganzen Kram. Auf geht's! Und, ah. Hm, ne. Ich renne da immer ewig und dann kann ich mich eigentlich aufs Pferd setzen und reiten, aber... Ich denke nicht dran. Naja. Die Nacht ist angebrochen. Ich liebe den Anblick meines Gattens im Mordlicht. Ah, Reichweite hat sich wirklich mal gut erhöht. Mal mit Schaden. Oh, Mann. Tja. Hm. Ja, das wäre schon mal ganz gut gewesen. So, ein kleines Update ist jedes Mal gut. Es ist soweit. Tut, was getan werden muss. Ja. Auf geht's. Ah, jetzt geht's hier hin. Ja, okay. Schade, schade, schade. Aber... Ich bin ziemlich gut dabei. Kills. Ich habe neun Leute gekillt. Ich persönlich habe neun Leute gekillt. Ja, das ist schon mal echt heftig. Wirklich heftig. Fünfmal gestorben. Ja, gut. Das ist relativ normal bei mir. Aber, hey. Was soll's. Ähm. Ja. Jetzt kommen wir langsam an die Base. Hm. Und gleich, wenn die Ungeheuer wechseln, dann bin ich auch wieder am Leben. Und dann würde ich mal sagen, schaffe ich... Mach ich mich mal an die Söldnerlager ran. Ähm. Klar, da sind jetzt einige noch übernommen. Oder die brauchen noch ein, zwei Minuten. Um wieder... Äh, zu kommen. Aber... Aber, zum Beispiel die zwei... Gehen schon wieder. Hier oben auch. Ich würde sagen, fange ich hier an. Würde ich mal sagen, F. Nein, F. Ne, warte. G. Gs. Genau. Das sollten wir. Ah, mal geht. Äh. E in die Mitte springen. B. Und dann W. Habe ich den auch nochmal eingehauen. Einer reingehauen. Y. Dann geht's jetzt da hoch. Direkt zu den nächsten. Wo haben wir denn? Ach, da war... Bin ich ja gerade schon. Das hat natürlich jetzt auch viel gebracht. Wie? Okay. Ähm. Aha. Da... Kommt gerade einer. Mach das mal gerade. Ich will den hier haben. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ah. Schade. Schade. Gut gekämpft. Auf geht's. Ähm. Wieder aufsetzen. Erstmal schneller. Ein ganzes Stück schneller sogar. Ja, wenn ich jetzt das zweite Söldnerlager habe. Dann sollte... Die Bays kaum noch bestehen können. Einfach aus dem Grund, dass es dann... Viel zu viele Angriffe gibt. Auch von großen. Obwohl... Einer gerade... Ah, der Mordendämmert, Helden. Wieder geschlagen wurde. Und nun müssen meine lieben Kinder... Oh mein Gott, so. Erntet die Brüchte eurer Bemühungen, Helden. Erweckt mein Ungeheuer zum Leben. Ausgezeichnet. Komm schon, komm schon, komm schon. Das Ungeheuer wird euren Gegner dem Lebenssaft entziehen. Ja. 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 Auf geht's. Schade. Ja. Aber wegrennen war da eh nicht so gut. In der Riesengestalt sieht es wieder ein und dann... Naja. Ah. Rainbow hat zugeschlagen. Auch wenn jetzt alle bei uns fast tot sind. Aber hey, wir haben gewonnen. Und das ist doch mal die Hauptsache. Ähm. Ja. Ja.